Musik Du, Todd? Ja, bitte? Wie kannst du dich an dir von so einem Fett-Schwabbel besiegen lassen? Ich weiß es leider nicht. Und was wirst du machen? Ich habe die Idee, vielleicht kann ich sein Amulett auch einfach mit der Knarre abschießen. Da muss ich erziehen, aber es könnte gut sein. Das sieht aus, das ist sehr, sehr gute Praktik. Und fahrt ihm auch mal mit der Reba-Gestalt. Somit ist ja auch meine Verteidigung besser. Alles klar. Erstmal auf Abstand bleiben. Alle hab. Ich sollte nur, wenn es wirklich dann so weit ist, in den Nahkampf gehen. So. Au. Volltreffer. Wann ist es denn so weit? Ich sollte ein bisschen Munition aufsparen. Okay, jetzt. Komm. Alter. Genauer zielen. Das ist irgendwo da. Okay. Äh, mach schon was. Okay, es ist die Technik. Die Strategie. Okay. Okay. So genau zielen. Meine Güte. Was die von einem verlangt. Aha. Ja, ja. Muss halt Schlammköpfchen sein, um auf sowas zu kommen. Autsch. Und auch schneide es zu Fuß. Das ist echt so ein Kampf, wo ich wieder auf Abstand kämpfe, weil er ansonsten mich fertig machen würde. Aber wer gibt ihm auch so eine Waffe? Alle hab. Uh, das tut weh, was? Ja. Ein Speer, der gleichzeitig eine Schusswaffe ist. Ha. Auf die Wurzeln getreten. Ich mag seinen Schwanz nicht. Also den, wo er da hinten dran hat. Gleich müsst ihr das mit dem Kraftfeld machen. Hey. Tust du etwa weglaufen? Renn nicht weg. Okay. Reaper-Gestalt wäre auch wieder so weit. Aua. Komm. Perfekt. Los geht's. Na, na. Ich bin der Sensenmann. Mir macht das nicht so viel aus. Ja, alter Schnitter hier. Und Abstand, Abstand, Abstand halten. Ha, ha, ha. So weit kommst du nicht mal mit deinem Stab, was? Ja, ich weiß, es ist ein bisschen fies hier. Aber das ist genauso fies. In den letzten Liebe will ich ihm so geben. Keine Sorge, das verspreche ich. Uh, das war gut. Alter, da. Da werde ich den Part wieder zu viel gefährlich haben. Ich glaube, da kommt dann noch eine Story. Alter, ab. Autsch. Weil ich meine, er macht ja auch immer die gleichen Angriffe. Also, ich verteidige mich hier nur auf die gleiche Taktik. Ich brauche mehr Zorn. Ich brauche mehr Zorn. Du brauchst mehr Zorn. Gleich ist es sowieso vorbei. Äh. Komm. Alter, jetzt bewegt er sich noch? Also, okay. Das ist cool, irgendwie. Autsch. Das ist nicht cool. Aha. Autsch. Ich werde jetzt nicht aufgeben. Alter, jetzt hatte ich keine Munition mehr. Alter, das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Äh. Alter, das behält ja den Schaden. Nein. Okay, jetzt bin ich sauer. Jetzt bin ich sehr sauer. Zumindest weiß ich, dass ich ihn zu bekämpfen habe. Oh, Mann. Ihr macht es gern schwer, was? Ihr Entwickler. Merke ich mir. Ja. Deshalb ist es aber auch schon herausfordernd. Aber ich kann halt wirklich nichts sagen. Naja. Wechseln. Ich habe halt leider nicht sowas wie eine Z- Wie eine Z-Zoom. Ich kann nicht Z-Zoom machen. Äh. Okay. Vielleicht, wenn ich es so mache. Und dass die mir dann... Die geben mir dann auch wieder Energie. Hoppala. Gut ausgewichen. Babum, babum, babum. Die alte Schlitter hier. Ja. Aha. Aber lab. Weil ich meine, mit Achtung das Frenge kann ich mir auch immer wieder Leben gerücken und mit der Erlösung hole ich mir immer wieder, ähm, Thorn. Aha. Eie. Dass ein Stoppe so viel machen kann. Ich geh mir jetzt sogar Thorn zurück. Uh, perfekt. Der hat anscheinend eine Verbindung mit Lilith und Samir, da nehme ich auch diesen umgedrehten Flügel. Aha. Ja, ich glaube, ich hab mein Muster. Ja. Aha. Aha. Okay, jetzt kommt die zweite Stufe. Und da glaubt ihr ja auch immer noch vorher an. Sehr gut. Aha. Hallo. Ah. Das war nicht so gut. Ah, gib mir doch wieder Gesundheit. Ja. Hallo. Halter. Halter. Danach ist es mal schön schicken Nuggets essen. Ich war nicht mehr drauf rein. Aha. Da einfach nicht ausweichen, sondern drauf achten, wie die verlaufen. Vielleicht kommt die letzte Stufe von seinem Amulettangriff. Aha. Halter, der ist extrem. Komm schon, mach die letzte Stufe. Autsch. Ach, dann kraft er auch nochmal an. Autsch. Autsch. Mit der eigenen Waffe. Oh yeah. Unmöglich. Und schon, wo ich mal schon wieder ein Geschenk für mich. Mein Gott, heute ist Silvester. Die magische Sensor. Aha. So, weglegen. Ich möchte wissen, was es da ist. Yep. Oh, dieser Kampf. Je weiter ich ins Spiel gehe, desto härter werden die Kämpfe. Infernus. Obwohl die doch eher sind wie... Na gut, ach, solche sind das. Na gut, also gehen wir zum Eger zurück. Seine Seele habe ich jetzt aber nicht gefunden. Naja. Vielleicht liegt er woanders rum. Hm. Oh, ja. Ich weiß, es war wieder meine alte Strategie wie bei Argul, dem abgesetzten König. Aber ansonsten hätte ich den wirklich nicht wieder anhaben können. Nicht so viel. Du bist zurück? Bilial ist der... Bilial ist tot. Ist das dein Ernst? Ich weiß nicht, was du bist, aber ich bin dankbar. Meine Seele ist frei. Jäger, deine Seele war nie gefangen. Bilial hat zugegeben, dass er nicht die Macht besaß, sie zu nehmen. Er hat mich ausgetrickst. Ich habe die anderen für nichts aufgegeben? Es besteht die Chance, dass die Menschen dem Dämonenfürsten entkommend sind. Das ist unmöglich. Ich muss sicher gehen. Du kommst nicht mit? Nein. Mit dem, was ich getan habe, kann ich nicht leben. Tod. Da du schon hier bist. Du möchtest jetzt geholt werden. Bitte. Also gut. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich leider auch nicht. Er hat sich jetzt einfach so holen lassen. Okay. Es war sein Wunsch, also haben wir ihn erfüllt. Macht das das uns zu einem Genie? Uns auf jeden Fall nicht. Mich schon. Macht das nicht zu einem Genie? Nein, macht das nicht. Okay. Wir haben somit den letzten Menschen getötet. Soll das, soll es das bedeuten? Warum bist du zu mir gekommen, Sensenmann? Äh, ich dachte, ich könnte jetzt mit der Regeln, aber das ist anscheinend nicht der Fall. Aber ein paar Heiltränke. Ich habe so viel Geld, da kaufe ich mir einen Haufen weiße Tränke. Was bedeutet, achso, die Zahl da bedeutet, wie viel die auf Lager hat. Okay. Gut, da haben wir den Briefkasten. Da bin ich schon zum Briefkasten. Was haben wir denn Schönes? Ähm. Ah, neue, neue Waffen. Hat keinen freien Platz. Sei vorsichtig, was du zur Glücklichsreiter, wenn ein so Mächtiger in die falsche Hände fällt. Hä? Wo habe ich da Gegenstände fallen lassen? Ist mir jetzt nicht bewusst. Okay. Weglegen. Weglegen. Und die lege ich auch mal weg. Ist das eine Clown? Die behalte ich mal. Vorsicht. So, jetzt komm, mein Schatz. Was immer ihr auch seid. So. Höllenhammer. Die Seelen der Geschlachteten sind eingeschossen und verdammt im Inneren dieses qualförmigen Hammers und dessen geringen Raum brennen und reißen, schlägt der Alli in seinem Weg, bestreben danach das Leben seiner Gegner zu entziehen und die Form der Waffe wiederherzustellen. Derjenige, der den mächtigen Höllenhammer schwingt, schwingt die Angst, die kriege ich aus den vergangenen Eonen. Der Eisblinderer geschmiedet mit der entgegengesetzten Kraft der Brennenkern der Hölle, gefährdet mit einer Griffigkeit, die zuschnappen kann und alles Leben zu einem eisigen Stichstand gefriert. Die Klingen sind mit einem dämonischen Fluch versehen, die entzieht die Energie derjenigen, die sie berühren, und gewährt eine meiste Kräfte und solide Verteidigung. Belya ist dreistig. Die Waffe bekommen wir. Das ist gut. Gier brudert aus dem gefummten Zinken dieser elenden Waffe, beraubt die Hauptwahr des Lebens und der Münz, in Anlehnung an seines ehemaligen meist grausamer Absicht. Die Widerhaken und seine Front verhöhnen in einem ständigen Flüstern denjenigen, die von ihm getötet wurden. Du bist gut für nichts. Gut, jetzt haben wir aber trotzdem noch nicht, das ist, was ich wollte. Und jetzt? Einfach wieder ins Menü rein, oder was? Zurück zum Versteck? Nö. Hoppala, kleine Frame-Einbruch. Lala, lade, lade. Gut. Hellenhammer? Ach, du liebes bisschen. Na, die sind stark. Extrem stark hier. Und ich habe auch fast wieder ein Level bekommen. Hauptwaffe? Ah, da steht das alles mit den Waffen. Ah, okay. Geben wir am Speichern. Ich möchte nur was schauen. Jetzt gehen wir wieder ins Hauptmenü. Und das 4-Bart jetzt für ein DLC. Ist länger als ich dachte. Inhaltet unser Ohr-Namen. Nein, oh nein. Dies möchte ich nicht. Dies ist ja. Stimmt ja, der ist ja im Offline-Modus. Möchte nicht gestört werden bei sowas. Kampagne wählen. Den habe ich. Hauptkampagne. Ich kann also einfach so in diese Abschnitte wieder reisen, wenn ich das nochmal möchte. Hm, cool. Cool, cool. Und machen wir mal Vorsätzen. Steht da was Neues? Habe ich übrigens was Neues bekommen? Anscheinend nicht. Findet ihr das aber komisch? Ich hatte mir noch eine Waffe und so eine andere Rüstung gekauft. Vielleicht kann ich die nur an einem bestimmten Ort bekommen. Ist das vielleicht der Fall? Okay, das ist ja alles. Alles, was ich schon habe. Okay, das finde ich jetzt komisch. Wo sind meine anderen Sachen geblieben? Naja, so sei es es drum. Da werde ich dann halt irgendwann mal schauen. Komisch ist aber, die Waffen, die ich gerade gesehen habe, die erinnern mich an Waffen, die ich eigentlich im Spiel finden sollte. E-Splünder, der nämlich zum Beispiel. Naja, ich kann ja an den Stellen, wo sie eigentlich zu finden sind, schauen, ob ich da dann noch was finde. Und das wäre sozusagen meine nächste Aufgabe, dass ich dann erstmal ein paar Waffen sammle. Legendäre Waffen, das sind glaube ich legendäre Waffen, oder? Moment, lass mal kurz schauen. Ich habe es wieder total vergessen. Nein, das sind keine legendären Waffen. Das sind einfach nur die, die so einen Schiller haben. Das sind legendäre Waffen. Das sind einfach nur Waffen, die... ...ich von irgendwelchen... ...bekommen habe. Von irgendwelchen Leuten, gut. Also, falls ihr den Part gefeiert habt, lassen Sie es mich bitte wissen, meine Damen und Herren. Ich bin ein bisschen... ...wieder ein bisschen verrückt hier. Verrückter als sonst, ja. War ziemlich aufregend. Hat mir aber gut gefallen. Hier ist sozusagen diese Nebengeschichte auch mit dem letzten Menschen, den wir dann aber doch geholt haben. Jetzt ist er bei seinem Kumpan im Quälder Sehende. Müssen wir dann noch befreien. Wird uns das gelingen, werden wir rausfinden. Irgendwann. Er soll noch nicht enden. Alles Gute, muss mal enden, aber ich mag keine enden. Also. 493 Chubo. I love to entertain you. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. And goodbye. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.